E-L-L-E-S-Eisbacke-Challenge Musik Güssing bedankt sich für die Nominierung bei Franziska Trieber. Wir überschütten uns nicht nur mit kaltem Wasser, wir spätten auch. Musik Güssing nominiert den Bürgermeister der Stadt Güssing, Vinzenz Knorr, die Räder Franz Spangli und Cantus Felix und Verena Dunst. En Vista Peron, la Santa Peronista! En Vista Peron, la Santa Peronista! Musik Güssing